Herzlich Willkommen, es ist schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für den Film und ich kann mir vorstellen, dass es Sie schon brennt, Fragen zu stellen. Ist dem so? Wie ist es dann aber zum Projekt gekommen, ein Porträt über Sie zu machen? Bitteschön. Genau. Danach aber auch an Sie. Ja, das war der Film über den jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee und ich hatte damals nach einem Rabiner gesucht und Willi Wolf ist mir empfohlen worden und ich war damals ganz begeistert, dass also nicht nur ein Rabiner kam, sondern eben wirklich ein geborener Schauspieler mit sehr viel Witz und Charme und der Friedhofs-Film, das ist ja nun wirklich ein schweres Thema, es ist doch ein bisschen Lebensfreude vermittelt hat und auch dass die Zuschauer dann doch sehr heiter aus dem Film gegangen sind und eigentlich gab es schon bei der ersten Vorführung damals 2011 die ersten Leute, die gleich gesagt haben, also der ist ja dieser Mann und erzählen Sie uns mehr über ihn. und wenn ich dann anfing zu sagen, ja, also er lebt in London, aber er ist Landesrabiner in Mittwoch-Vorpommern, legt immer hin und her, macht Yoga und geht zum Pferdebetten und so, dann habe ich gesagt, ja, warum machen Sie denn keinen Film über ihn? Ja, das habe ich mich dann auch irgendwann gefragt und dann habe ich Sie gefragt und dann hat er gesagt, ach, das wäre ja ganz wunderbar. Also, Sie kennen sicher den Film und man hatte so ein richtiges Gefühl, da hat sich jemand wirklich in die Hauptrolle reingespielt oder gelebt und deswegen die nächste Frage an Sie, wie war das dann jetzt immer von der Kamera so begleitet zu werden und so im Mittelpunkt zu stehen und nichts mehr ohne Kamera machen zu können? Ja, ohne Kamera geht es auch sehr gut, aber mit der Kamera bin ich sehr, sehr leicht fertig geworden, ich habe sie einfach ignoriert. Ich würde dazu gerne noch was ergänzen, also Herr Wolf hat auch schon mehrmals gesagt, seine Buchprojekte bleiben eben auch gerne Projekte und es gibt sehr viele davon, also ich weiß nicht, ob Sie nochmal ein paar Themen nennen wollen, es ist ja nicht nur mutige Frauen, es ist ja auch ein Buch über die Größen des deutschen Judentums zum Beispiel, oder über Yoga, wollten Sie vielleicht auch mal was schreiben, aber wir haben eben auch jetzt aus der Erfahrung, weil wir eben so viel Material gesammelt haben, es sind über 100 Stunden Material, was ja alles nicht im Film unterkommt, ich meine, es ist ja auch ein Leben, was nicht in 90 Minuten reinpasst, wir haben ein kleines Büchlein gemacht, also es gibt jetzt ein paar Geschichten von denen, die nicht im Film sind, unter anderem zum Beispiel hat Herr Wolf auch mal ein vegetarisches Restaurant geleitet in London oder auch noch ein paar andere Geschichten über, ja, über seine Vorstellung von Grundtum, das gibt's nachher hier zu kaufen, Sie können's auch signiert bekommen, kostet 12,90 Euro. Sie planen ein Buch über Ihr Leben zu schreiben? Im Grunde genommen nein, ich finde es höchst uninteressant, und also, ja, also vorläufig eben nicht. Sie hätten über die Zerrissenheit zwischen Deutschland, England, Niederlanden geredet, was Sie heute sagen würden, ob Sie Deutscher, Engländer oder Niederländer sind? Der Pass ist ein Englischer, ja, und da ist dann eben auch das Zuhause. Es gibt im Englischen schönen Ausdruck, der besagt, Zuhause ist, wo das Herz ist. Bei mir ist Zuhause, wo die Bücher sind. Und die meisten Bücher sind eben in den kleinen Häuschen in England. Also da ist Zuhause, aber trotzdem, ich war mir eben jetzt auch 13 Jahre lang, Landesrabiner in Mecklenburg-Vorpommern. Den Posten habe ich sehr gerne. Gab's hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Wir sind alle im Blachhaus, wo wir uns gefahren, waren sie sehr, sehr vorsichtig. Applaus 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 Vielen Dank.